Wir haben ein neues Schülerportal. Um da reinzukommen, geht der Homeworker-Schülerportal in irgendeine Suchmaschine ein und vergesst nicht die, wenn ihr es dann gefunden habt, hier das unter die Favoriten zu setzen, damit es dann so einen schönen Knopf gibt und ihr das nicht immer neu suchen müsst. Am Tablet oder am Handy gibt es eine App, die ist ein Schulplaner-Homeworker und dann habt ihr sofort drin. Ihr meldet, ja bei der Stadt München gibt es nichts Wichtigeres als den Datenschutz, alles andere sekundär, deswegen könnt ihr guten Gewissens das alles akzeptieren und müsst keine Angst haben und wenn ihr euch anmeldet, dann nicht mit dem Namen vom Intranet, sondern mit eurer E-Mail-Adresse, weiter Passwort und ihr seid drin. Bei den Hausaufgaben kann es passieren, dass hier nichts steht, ist noch so ein kleiner Fehler, das ist verdächtig, deswegen klickt ihr auf Seite neu laden oder ein bisschen rumklicken und dann kommen die ganzen Hausaufgaben. Hier so schön nach Mittwoch, Donnerstag, Freitag sortiert und dann klickt ihr drauf, schöner Überblick. Manche Hausaufgaben sind so, dass es hier Materialien dabei sind und dass ihr die Dateien, also das was ihr gemacht habt, hier hochladen könnt, Lösung abgeben und dann hat es der Lehrer. Es gibt auch Hausaufgaben, bei denen nur so steht, was ihr machen sollt und dann schickt ihr das per Mail oder Mebis, steht dann alles da. Aber den Überblick habt ihr, sobald ihr die Hausaufgabe gemacht habt, könnt ihr Häkchen setzen, dann ist es hier weg und unten gibt so einen Ordner erledigte Hausaufgaben und da findet ihr, was ihr schon gemacht habt. Also dieses Corona-E-Mail-Chaos soll jetzt ein Ende haben, sechs Wochen nach Corona, jetzt soll alles hier sein. Deswegen kommt auch von der Schulleitung, alle Lehrer müssen das eintragen. Hausaufgaben, die nicht im Schülerportal stehen, müssen auch nicht gemacht werden. Also ich sage jetzt mal, eigentlich, das ist ganz neu. Habt jetzt die nächsten Wochen so ein bisschen Nachsicht, es dauert bis 90 Kollegen das mitkriegen, sich dran gewöhnen, aber das ist die Zukunft. Nur noch ein Portal, also das ist so das Konzept. Der Kalender ist sehr wichtig, wenn es irgendwann wieder Schulaufgaben gibt, werdet ihr hier finden, ja, das Abitur findet statt. Über Hausaufgaben haben wir gesprochen, Chat und Mitteilungen können Lehrer machen. Bei den Dateien findet ihr die Dateien, die die Lehrer hochgeladen haben für euch. Noten- und Lerntagebuch, da könnt ihr rumprobieren. Beim Profil ein neues Passwort vergeben und das ist das ganze Portal. Also von unserem Konzept her soll das Portal, das ist euer Ding, das soll jetzt in der Mitte stehen. Ihr schaut weiterhin noch jeden Tag in die Mails natürlich. Und wie Kohle ist sehr wichtig, weil wir damit Videounterricht machen können und weil das eine echte Schul-Cloud ist. Nebis bleibt weiterhin interessant, das ist eine Plattform für alles Mögliche. Das Schülerportal hätte eigentlich viel später kommen sollen, wurde mit viel Arbeitsaufwand jetzt schnell, noch relativ schnell für unsere Schule bereitgestellt. Also wenn es da mal hakt, bitte nachsichtig sein. Ich bin eigentlich für Mebis zuständig. Also wenn Mebis jetzt sechs Wochen nach Corona hakt, wenn ihr sowas seht, dann könnt ihr ruhig mal eine freundliche Mail ins Ministerium schreiben. Das ist nicht mehr okay. Gut, und damit wünsche ich viel Erfolg im Corona Online Unterricht.